Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke innerhalb den nächsten 5 Sekunden oder du wirst das ganze Jahr lang nur schlechte Noten schreiben. Also riskiere nichts. Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Genau jetzt. In diesem Video spiele ich mit einer 10-jährigen Pro-Spielerin. Mein Kill-Rekord ist 33. Hattest du schon mal einen Freund in 10 Jahren? 3. Der ist ein richtiger Arschloch. Ich habe mir viel Urlaub in ihn verliebt. Der hat viel Kohle. Mein Freund wollte unbedingt, dass ich Gucci trage. Was geht ab, man? Freunde, heute in diesem Video spiele ich mit einer 10-jährigen Fortnite-Spielerin. Ich war auf Twitch am Stream und habe mit meinen Zuschauern gezockt. Und sie hat behauptet, dass sie ein Pro ist. Ich habe sie eingeladen und plötzlich erzählt sie, dass sie mit 10 Jahren schon 3 Freunde hatte. Und auf Tücken steht. Es war zu lustig, was sie alles über sich erzählt hat. Übrigens, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Falls du mit mir spielen willst, folg mir auf Twitch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bist du ein Mädchen? Ja. Echt? Bist du 10 Jahre alt? Und du bist gut? Ja. Okay, Leute, ich bin jetzt gespannt. 10-jähriges Mädchen holt mir den Ippchen Win. Was geht ab, Mann? Und das sind Twitch-Livestream-Freunde. Was ist dein Kill-Rekord? Mein Kill-Rekord ist also 31 oder 32. Was? Dein Kill-Rekord ist 31 oder 32? Ja. Dein Ernst? Ja. Meinst du das ernst? Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein. Er hat 10 AP. Ja? 10 AP. Ich geh auf Big Man. Wo wollen wir hin? Ja, aber lass mal hier oben landen. Da oben? Wo ja. Richtig safe, oder was? Okay. Ich glaube, das wird dann safe ein epischer Win, oder? Wenn du ein bisschen besser spielst. Ach so, wenn ich besser spiele. Ach so, sagt die 10-jährige Profi-Spielerin, die 31 Kills schafft. Du musst ja mich carryen, statt ich dich. Kriegen wir das hin? Yes. Okay. Oh, du hast hier eine legendäre Chest gefunden. Bei dir läuft. Was war drin? War eine Scar drin? Sniper. Sniper? Okay. Ich habe in dem Sniper-Modus 26 Kills gemacht. Im Sniper-Modus 26 Kills gemacht? Krass. Ja. Okay. Sind da Gegner? Ja, aber ich habe keinen guten Loot. Nur eine Sniper und eine Pistole. Ich habe auch keinen guten Loot. Ich habe nur eine AR und eine Pistole. Bots. Ach. Ja, das sind Bots. Ja, Mann, das sind Bots. Lass pushen. Okay. Das sind Bots. Lass pushen. Okay. Ich habe einen Mini. Wenigstens haben wir die Waffen jetzt von denen. Hast du viele Freunde? Ja. Du? Also, da war ein Junge und der hat Schluss gemacht, weil ich bin ein Mädchen, das nicht so gerne Marke trägt. Was? Also, mein Freund wollte unbedingt, dass ich Gucci trage, aber ich nicht. Dein Freund wollte, dass du Gucci trägst und du wolltest nicht und er hat mit dir Schluss gemacht? Ja. Hä? Hä? Warum? Der ist ein richtiger Arschloch. Ein richtiger Arschloch. Okay. Warum magst du keinen Gucci? Magst du lieber Louis oder Prada? Ich mag nur Adidas und Nike und so. Ach so. Und dein Freund mag nur Gucci? Ja. Okay. Trägt er auch Gucci? Ja. Hat der ganz viel Geld, oder was? Ach, der trägt Fake Gucci. Ach so. So vom Türken? Aus Japan. Aus Japan? Nicht frisch aus Antalya Import? Weiß ich nicht. Das ist aus wie ein Haufen Scheiße. Das ist aus wie ein Haufen Scheiße, dein Freund. Wie alt ist er denn? Der ist 13. Der ist 13 und du bist 10. Ja. Drei Jahre Unterschied ist doch schon viel, oder nicht? Ich hab mich im Urlaub in ihn verliebt. Du hast dich im Urlaub in ihn verliebt? Okay, der wohnt anscheinend weit weg von dir, oder? Ja. Wo wohnt er? Wo wohnst du? Du wohnst in Niedersachsen, hast du gesagt. Ja. Und er? Nordrhein-Westfalen, zwei Stunden entfernt. Ah, okay. Ah so. Welche Nationalität hat er? Äh, Türke. Was? Das ist Türke? Ja. Ah so, der Türke mit Gucci-Sachen. Ah so. Und du bist deutsch oder polen, kroatien? Bist du deutsche? Also, mein Dad kommt aus Holland. Dein Dad kommt aus Holland, okay. Magst du Käse? Nee. Nee, magst du nicht? Magst du Juppie-Soße? Nee, ich esse immer Nutella. Hä? 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 Wie alt bist du, ja. Wie alt ich bin? Ich bin zu alt. Schade. Was laberst du? Oh, Gegner. Okay, Drew. Aber Alter, ist ja nicht so schlimm. Also, wir können ja schon zusammen sein, oder? Hä? Prankst du mich gerade? Nein. Safe, du willst ein YouTube-Video machen? Nein. Doch, Mann, du prankst mich. Du willst dich hochnehmen. Nein. Ey, du bist safe. Was laberst du? FBI, open up. Yo, Drew ist da. Ey, Drew, ich bin 13 Jahre älter als du. Das geht nicht. Aber... Aber was? Das geht trotzdem. Nein, das... Nein, das geht nicht. Ich fang dir auf den Skin. Ja. Das ist ein Schwitzer. Ich glaube, wir werden sterben wegen dem. Ich habe ihn genockt. Ich habe ihn genockt. Oh, sein Maid. Sein Maid ist rechts. Äh, links. Ja, ich gehe zum Maid. Ja, ich gehe zum Maid. Ich komme kurz hier. Ich werde zum Maid. Ich komme. Ist der gut? Der ist nicht so gut. Was? Er gibt mir so einen Laser. Ey. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein, ich gehe kurz. Nein, ich helfe dir. One shot, one shot. Ich habe einen. Okay, ich habe ihn auch. Wir haben zwei Leute gekillt. Wir sind voll das gute Duo. Hier ist ein Maid gekillt. Ich habe einen. Und zwei Begnisse. Ich habe ein Maid-Kid. Schaff ein Eppchen-Win. Muss gucken. Ich bin halt nicht so eingespielt. Ich fahre gerade noch auf dem Kindergeburtstag. Auf dem Kindergeburtstag? Und was hast du da gemacht? Eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd? Ja. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Oh. Doch. Okay, ich habe ihn. Links ist auch noch einer. Hast du schon mal einen Freund mit zehn Jahren? Ja. Echt? Wie viele? Ja. Mit zehn, ich glaube, drei. Du hast drei Freunde mit zehn? Ja. Okay. Ich bin bei dir. Dein Hund ist ziemlich laut, ne? Oh, ja. Der hat Hit. Der hat Hit mit RPG. Ich kriege den. Ich habe ihn. GG. Sehr schön gemacht. GG. Konzentrier dich. Oh, mein Hund bitte dich. Ja. Oh, mein Hund. Genau jetzt. Ich habe noch Medkiss. Zwei Gegner noch. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Schade. Egal. GG. So unglücklich gestorben. Aber ich bin schon besser als du, ne? Auf jeden Fall. Okay, Ju. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin viel Glück mit deinem 13-jährigen türkischen Freund aus Nordrhein-Westfalen. Und Freunde, ich würde sagen, haut rein und schaut rein. Euer Buri.